Ciao zusammen und willkommen zurück zu ArcheAge Unchained. So, wir haben dieses spezielle Teeblatt gegessen, hatten eine Vision in der letzten Folge. Ich möchte auch hier wieder betonen, selbe Aufnahmesession, nur allenfalls für Kommentare, wenn ihr mir schreibt, was ich alles falsch mache und euch dann wundert, wieso ich das nicht gleich in der nächsten Folge umsetze. So, das mag seltsam klingen, aber kennst du einen Ort, an dem Zwerge riesige Gesichter aus dem Stein geschlagen haben? Ich sass gerade eben in einer Vision, aber ich weiss nichts über... Bei Chatignos Bart hast du gerade ein verdammtes Feenblatt gegessen. Das wird dich noch den Verstand kosten. Natürlich erzeugt es eine Vision dessen, was man sich wünscht. Aber es sind Visionen der Feen. Trugbilder. Hat dich denn niemand gewarnt? Tut mir leid, ich wollte nicht schreien. Bist du etwa ein Flachländer? Kein Zwerg, der in den Bergen gross wurde, wäre verrückt genug, ein Feenblatt zu essen. Nun, geschehen ist geschehen. Wenn du den Touristen spielen und Feenvisionen hinterherjagen willst, nur zu. Also, Zwerge, die Gesichter aus Stein hauen, ja? Klingt ganz nach der alten Golem-Fabrik. Die ist heutzutage aber eigentlich verlassen. Seit wir Mechs herstellen können, braucht niemand mehr Golems. Folge dieser Strasse nach Osten und du kommst direkt an der Fabrik vorbei. Aber sei vorsichtig. Ich habe gehört, dass es in letzter Zeit grosse Probleme mit defekten Golems gab. Alles Klärchen. Gehen wir mal gucken. Jetzt hier mal absteigen. Wir haben schon lange nicht mehr gekämpft, merke ich gerade. Sollten wir, ne? Ah, was ich vergessen habe. Tatsächlich, wir haben noch überhaupt nichts geskillt. Ich bin mir tatsächlich nicht ganz so sicher. Ich hatte zu Beginn bei der ersten Folge echt einen Plan. Wegen der Skillung, auch schnelllingemäßig. Und ich bin tatsächlich sehr unschlüssig, was ich effektiv skillen soll. Ich kann mir hier nämlich dieses Skill-Kombos anschauen. Das heisst, ich kann gucken, welche Kombo-Fähigkeiten sich da lohnen und wie das alles funktioniert. Und ich weiss nicht richtig. Ich bin ziemlich verunsichert. Ich habe mir hier gedacht, das Bogenschießen reinzunehmen. Und das dritte, keine Ahnung. Das war so meine Idee. Schnellklinge, Bogenschießen, Kampfeszorn. Meine Überlegung dahinter ist eigentlich, dass ich eine Schützin habe, also eine wirkliche Waldläuferin, Jägerin, habe ich ja schon. Und ich weiss, dass, also ich hatte so ein bisschen Mühe tatsächlich, jetzt auch im höheren Level-Bereich, soll ich es erklären, genug Schaden zu machen, nur mit dem Bogen, bis die an mich rankamen. Ich konnte die wegspicken, alles, das ist gar kein Problem. Und habe gemerkt, dass meine Nahkampfangriffe tatsächlich viel mehr Schaden gemacht haben, als meine Fernkampfangriffe, obschon ich sie voll auf das eingestimmt hatte. Ob es klug ist, so, das wäre so meine erste Variante. Ob das Sinn macht, ob das schlau ist, ich weiss es nicht. Also ich habe da wirklich zu wenig Erfahrung, deswegen, ich lasse euch einfach so an meinen Gedanken teilhaben. Dazu spiele ich das Spiel tatsächlich zu wenig lange und zu wenig intensiv. Es ist so einfach die Schlussfolgerung, die ich ziehe, dass ich dachte, okay, im Moment sind die Bobs natürlich noch nicht so schwierig, also noch nicht so stark, es ist nicht so ein Problem. Schnellklinge würde ich wahnsinnig gerne beibehalten, Nahkampf. Und natürlich mit dem Bogen des Pullen. Da ist meine Idee dahinter natürlich, dass wir schon zu Beginn zum Pullen auf die Distanz her guten Schaden hinbekommen, damit die schon ziemlich ein Leben verlieren, bis die bei uns ankommen und dann mit Kampfeszorn und dann der Schnellkling und eventuell so Kampfeszorn, die denen dann den Rest geben. Ob das eine gute Kompo ist, ich weiss es nicht. Deswegen, umskillen könnt ihr immer, denkt auch daran, wenn ihr sagt, ja, ich weiss nicht, ob es richtig ist, also ihr könnt immer wieder umskillen. Ich versuche das jetzt einfach mal und schreibt mir das gerne in die Kommentare, wenn ihr da sagt, das ist gar keine gute Kompo. Wir stehen kurz vor Stufe 15, beziehungsweise, dass wir eben hier noch das dritte Skillset lernen können. Und ich würde das wahnsinnig gerne versuchen. Deswegen bestätige ich das. Und wir haben Skillpunkte zu verteilen. Die zwei würde ich wahnsinnig gerne skillen. setzt du im Kampf Skills mit hervorgehobenem Rahmen ein. Kannst du einen zusätzlichen Kombo-Effekt erhalten? Genau. Das haben wir. Wir haben hier den Klingenwirbel. Verursacht 98 Nahkampfschaden. Beim Ziel kann dreimal hintereinander verwendet werden. Das ist logischerweise Nahkampf. Ich werde mir das jetzt hier so ein bisschen ordnen noch. Das muss mal weg. Und jetzt kann ich nämlich gucken. Ich würde hier gerne mal das da noch hochschieben. Schwierig, 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 schwierig. Das ist der automatische. Nehme ich rüber. Hier haben wir. Feuert eine Kugel auf ein Ziel und fügt ihm Schaden in Höhe von 61% des Fernkampfangriffes zu. Ein Gewehr auszurüsten ermöglicht dir bis dreimal mehr. Ja, ja. Das wäre so. Nein, nicht laufen. Nein! Der kommt. Alles klar. Das wollte ich tatsächlich nicht. Also, nochmal. Dann würde ich das hier hochschieben. Und wir haben ja noch Skillpunkt. Jetzt muss ich mal gucken, was das hier alles macht. Erschüttert ausserdem alle betroffenen Feinde. der was für 5 Sekunden ihren Nahkampf effizient verringert. Das wäre sicher nicht schlecht. Fügt dem Ziel 427 Nahkampfschaden zu. Wenn der Skill verwendet wird, während sich der Wirker in einer Dämmerungsumhüllung versteckt. 102% erhöht. Das versuchen wir. Ah, das ist schon da. Mann, geh weg. Und wir lernen noch Sichelmond-Schnitt. Dreht sich in einem Kreis und fügt allen Ziel in einem Kreis von 5,250 Nahkampfschaden zu. Ich lasse das mal. Einen Punkt haben wir dann noch. Also, das wäre dann so, äh, das werden wir gleich mal testen. Ob das funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Also, ich würde dann pullen. Und jetzt, dass da hier... Mhm. Okay. Ja klar, der stammt uns. Die war ziemlich eine Abklingzeit, ne? Aber auf die Fresse kriegen wir trotzdem. Also, wir müssen unbedingt im nächsten Dorf, wo wir hinkommen, müssen wir schauen, dass wir unsere Rüstung hochstecken. Dass wir die auf Arkan machen. mit den Invasionen. Also. So, weiter geht's. Willkommen in der Golem-Fabrik, Fremdling. Was für dich her? Ja, ich suche nach riesigen Steingesichtern, die hierher gebracht wurden. Existieren noch einige davon? Tja, sieh dich nur um. Diese Berge sind voll von versteinerten Kolossen. Aber wenn du nach den Überresten der Kolosse suchst, aus denen Golem-Steine geschürft wurde, findest du vielleicht dort drüben, auf der anderen Straßenseite noch welche. Sieh dich nur um. Alles klar. Ich will das noch mal testen. Hö. So, wo ist denn der? Sprich mit dem Steingesicht nahe. Das war doch hier irgendwie so ein grosses Ding, oder nicht? Oh, hier oben. Oh Gott. Sei gegrüsst. Kommst du, um meinen letzten Stein zu schürfen? Er lebt noch. Aber wie ist das nur möglich? Entschuldige. Ich wollte dich nicht erschrecken. Komm, unterhalten wir uns etwas. Wie seltsam, wieder einen Zwerg zu sehen. Es sind viele Jahre vergangen, seit mich deine Brüder hierher brachten, um mich zu zerteilen, um aus mir ihre Golems herzustellen. War das nicht schmerzhaft? Wie kannst du nur so gelassen reden? Durch die Kraft des Friedens, kleine Person, wenn die Minen sich zur Ruhe setzen, werden wir eins mit der Erde. Wir vergehen mit der Zeit. Was aus unseren Körpern wird, interessiert uns nicht. Doch ich bin neugierig. Was führt dich hierher? Warum wünschst du, mit jemandem wie mir zu sprechen? Ich habe ein Feenblatt gegessen und sah in meiner Vision, wie jemand von deinem Volk hierher transportiert wurde. Ich weiß nicht, was es bedeutet oder welchen Bezug es zu meiner Suche hat. Hast du mich vielleicht schon einmal gesehen? Oder erinnerst du dich an einen Zwerg namens Mikalinga? Es tut mir leid. Ein Grossteil meiner Erinnerungen ist entweder verfallen oder wurde von den Meißeln deiner Artgenossen abgetragen. Wenn du Kolossfragmente von den zusammengebrochenen Golems sammelst, dann erinnere ich mich vielleicht. Kolossfragmente. Ah, hier. Ist nämlich Günther. Haben die den getötet gerade oder was? Einmal. Komm, wir machen da mal ein bisschen hier. Ich kann's nicht aufheben. Aua. Aua. Genau, das hasse ich hier. Der Scheiß, tatsächlich der Scheiß hier, ist, ähm, hat mich auch die letzten Mal, Mann, schon mega geärgert bei meinem Main, dass das Pad einfach extrem nah dran steht, immer. So wie jetzt. Ich kann's kaum aufheben. die Distanz ist einfach extrem gering. Okay. auch schon. So, wir haben die drei. Was ist das denn? Oh, du bringst mir die Splitter. Es ist schon lange her, dass ich so viel gesprochen oder nachgedacht habe. Ich spüre bereits, wie ich entschwinde. Aber ich gebe mein Bestes, um deine Fragen zu beantworten. Ja, der Stein erinnert sich. Ich stand einst stolz in der Schlucht des Riesen, bevor mich deine Brüder mitnahmen. Die Schlucht des Riesen? Was soll das sein? Es ist die Heimat meines Volkes, wo wir in gesegnetem Wasser baden. Der, den du suchst, würde häufig dorthin gehen. Der Zwerg hinterließ seine Worte beim Dunstwächter, dem Ältesten von uns allen. Es waren traurige Worte, in Stein gemeißelt. Und der Dunstwächter erklärte sich einverstanden, sie zu hüten. Vielen Dank, aber wo ist diese Schlucht? Und wer ist der Dunstwächter? Hallo? Verdammt, er ist wieder versteinert. Dann werde ich wohl jemanden anderen nach der Richtung fragen müssen. Ein Blatt, das dir zeigen kann, was du suchst? Das hörte sich zuerst nach unglaublich mächtiger Magie an. Wenn es dir nur den genauen Ort von Jengas Labor gezeigt hätte. Stattdessen zeigte es dir einen Stein, nicht den Stein am Eingang zum Labor. Nein, ein Steinkopf, der es zu wenig mehr brachte als ein Haufen neuer Fragen. Der Kopf wusste, dass Jenga gerne den Koloss an einem Wasserfall aufsuchte. Doch sein Bewusstsein schwand, bevor er mehr Preis geben konnte. Das, was du bisher gefunden hast, lässt dich meinen, dass du wenig mehr als ein Schaf bist. Das ohne Verstand von Schäfer zu Schäfer weitergereicht wird. Dennoch bist du besser dran als der geköpfte Felsen oder gar Mikaelas betrügerischer Vater. Was den Mann dazu brachte, einen so berühmten Erfinder zu spielen, ist ein Rätsel. Und leider nicht das Rätsel, nach dessen Lösung du suchen musst. Genau, leider nein. Fensterplatzierung ändern, das hat das vorhin gescheppert. Wir können hier, das ist da verschieden, ich weiß eben gar nicht, die Leisten gehen glaube ich eben nicht. Oder wenn ich die hier, das wollte ich jetzt nicht. Ich kann die nur drehen. Und hier, cool wäre eben, wenn man diese Leisten ziehen könnte, weil ich bin ja auch zu blöd. Halte Umschalt und die linke Maustaste gedrückt und ziehe UI-Elemente, um diese zu verschieben. Gilt für die meisten UI-Elemente. Und ich hätte eben wahnsinnig gerne diese da alle verschoben, die man da drehen kann und wenden. Und das geht leider nicht. Doch, es geht hier. Bisschen weiter außen, das ist eben, das ist genau das, was ich wollte. Kann ich denn die hier auch irgendwie packen? Das wäre ja cool. Das muss ich mal noch versuchen. Also da die eine geht, sollte der Rest, weil ich bin der Meinung, ich hätte das gesehen in dem Spiel. Dass tatsächlich eine hier echt ganz anders eingerichtet war. Muss ich mir mal angucken noch genau. So, auf jeden Fall müssen wir mit der Wache Halfie an der Golem-Fabrik noch sprechen. Das sollte gleich wieder da drüben ja sein. Du warst ganz schön lange fort, was? Hast du gefunden, wonach du gesucht hast? Das glaube ich. Kannst du mir sagen, wie ich zur Schlucht des Riesen komme? Ich muss mit einem der Kolosse dort sprechen. Mist. Ich weiss, sie liegt im Westen entlang der Eisernen Strasse, aber danach? Vielleicht legst du am besten einen Zwischenstopp im Lager von Ingenieur Ronar ein. Für einen Elf ist er gar nicht so schlecht. Er kann dir den Weg sicher besser weisen als ich. Alles klar. Gut. Diesen Weg werden wir in der nächsten Folge zusammen bestreiten. Hat mich gefreut, dass ihr mit dabei gewesen seid. Lasst gerne ein Däumchen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Natürlich gerne kommentieren und das Abo nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.